Leute, herzlich willkommen. Wir sind mitten auf einer Wiese mit einem bisschen Wald dazu und wir haben hier einen kleinen See. Das ist der See des Bekannten, eines Bekannten, eines Bekannten von dem Neffen, der Onkel, die Tante. In diesem See sind Maschinenfische drin. Wir haben schon mal einen Blick riskiert. Große, bunte Fische. Aber viele. Dafür aber viele, genau. Ich sag mal, man bräuchte wirklich, man muss einen Kredit aufnehmen, um einen dieser Fische sich selber zuzulegen. Also wir haben Kreuz hier gesehen, allerdings natürlich auch viele normale 40-plus-Karpfen, die jetzt normale Färbung hatten. Und damit meinen wir nicht 40 Zentimeter. Richtig, meinen wir nicht 40 Zentimeter, sondern 40 Pfund. Ihr wisst ja, das ist die magische Grenze. Und bevor wir loslegen, Leute, werden wir erstmal das versprochene Catch-and-Cook machen, nämlich wir fangen mit dem Cook an. Wir haben uns einen schönen Kaffee geguckt. Ihr wisst, wenn ihr bei Jan Burik unterwegs seid, ist immer alles da. Das kann er. Das kann er. Ich habe Jan gestern Abend kennengelernt und ich muss sagen, ich habe selten so einen guten Gastgewer kennengelernt. Ich fühle mich sehr willkommen. Man kommt da einfach an in dieser Hütte und man muss sich um nichts kümmern. Nichts kümmern. Da steht die Flasche rum auf dem Tüft. Da steht die Kastürkeste Bier in der Ecke. Der Schlüssel ist abgeholt. Wir sind natürlich nach dem Einschecken gekommen. Ja, wir werden, also es ist einfach toll. Gut. Genug geschwapelt. Okay, Leute. Wir haben jetzt eine Welche entdeckt. Es gibt hier so kleine Kröndelblasen auf jeden Fall. Wir stalken ein bisschen. Wir schmeißen ein bisschen so Zeug rein. So Oberflächenzeug. Runde Futter. Da kam einer hoch. Und dann haben wir Brot dabei. Dönerbrot. Börekbrot. Ich schmeiße einfach rein. Mal gucken, was passiert. Dönerbrot mit Soße. Das Geräusch macht ja normalerweise jeden Karpfen juckig. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Na ja, man muss mal abwarten. Wir haben jetzt ein schönes Stückchen Brot hier ran gemacht. Wir werden das schön versenken hier. Aber es sind bis jetzt nur Rotfedern am Brot. Aber die Rotfedern sind ja wie immer die Vorboten. Sagt man immer. Gestern war es nicht so. Aber heute wird es so sein. Da freue ich mich mal in die Richtung. Ist der wirklich gekommen? Hat die Schnur gesehen? Ist abgedreht, oder? Das ist natürlich selbst am praktischen Beispiel sehr schön zu sehen. Hier sind Fische. Stehen noch eine Etage tiefer. Kommen mal ein paar Bläschen hoch. Wir wissen, dass sie da sind. Wir sehen was. Aber fangen. Nur ein ganz anderes Thema. Ja, links waren, zwei Meter links war ein Karpfen. Der ist leider in eine andere Richtung geschwommen. Aber der hört es. In dem Augenblick, wo der Haken abgeht und absinkt, eine Sekunde später kommen diese Karpfen da ran. Und. 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 Ja. It's fish on. Ich hab mal halt ihn fest, dass er nicht ins Gebüsch geht. Mal aufpassen, ne? Wow, Leute. Ich kesche, okay? Oh, du bist wie von dir, Yoshi. So bin ich. Ja, ich weiß. Du bist ein richtig lieber, Yoshi. So, jetzt haben wir ihn aus dem Baum raus. Ich glaube, das ist ein schöner Spieler. Hey, das ist ein Schuppi. Hey, wo ist die Krise? Ich kriege dich da rein. Joshi, wollen wir da, können wir bis dahin? Hier rüber. Ja? Schuppi. Sag, David, wennst du doch immer, oder? Jawollo. Jo, mit Fitri. Fitri, danke. Da ist er, Leute, der Erste. Was sagt er dazu? Leute, der ist noch zu klein zum Essen, deswegen müssen wir ihn wieder reinsetzen. Es brodelt unter meinem Köder, Leute. Es sieht aus, als hätte jemand eine Brausetablette reingeworfen. Also, Fische sind da. Die Frage ist jetzt nur, ob sie gespukt wurden von dem einen, den Viktor gerade gefangen hat. Weil das ist nicht mal eine Minute her. Und jetzt erstmal auf der unteren Etage bleiben. Oder ob sie jetzt auch schon wieder hochkommen. Das macht echt Spaß. Eigentlich könnte man das den ganzen Tag machen, wir bräuchten eigentlich gar keine Bolli-Dinger rausräumen. Aber so ein schöner, pfeifender Piepton ist doch auch was Schönes, oder, Wigler? Also, wir haben auf jeden Fall davon gehört, dass es ja auch wirklich große Fische drin gibt. Da haben große Schuppis, große Spiegler und halt so ein paar goldene Schönheiten dazu. Und auch wenn das mit dem Schwimmbrot hier eine tolle, spannende Angelei darstellt, werden wir auf jeden Fall noch eine richtige Karpfenrute rausschnicken für den dicken Fisch. So, also die sind nicht mehr hochgekommen. Das heißt, wir gehen jetzt so ein bisschen weiter flussabwärts, wollte ich sagen. See abwärts, weil der Wind das Brot auch ein bisschen weggetrieben hat. Und dann gucken wir mal vor der Insel da vorne. Weil da kamen nämlich ein paar hoch. Und als nächstes werden wir dann unsere richtigen Plumpsruten rauspacken. Auf die riesen Monster-Karpfen mit riesen Monster-Spoilies, ne? So groß, Augen wie Knie steigen. Richtig. Wir werden auf jeden Fall noch einen Karpfen mitnehmen. Vielleicht sogar einen Koi. Nein, wir wissen es nicht, wir lassen uns überraschen. Aber so einen kleinen, heute auf dem Grill, abends, wollen wir uns schon noch schmecken lassen. Wir sind jetzt von dem Bereich, wo wir eben gerade mit Schwimmbrot uns versucht haben, ein Stück den See entlang und haben hier eine Stelle entdeckt, wo wir recht viele Fraßblasen sehen. Vor so einem kleinen Mini-Seerosenfeld und genau da werde ich jetzt die Route präsentieren. Ich finde präsentieren ist so ein geiles Wort, was die Karpfenangler, ne? Oder überhaupt Angler. Die Präsentation. Die Präsentation. Dem Karpfen etwas präsentieren. Und der Karpfen kann dann sagen, ja, okay. Oder nein. Oder nein. Ja, ganz klar. Und das werden wir jetzt herausfinden. Wir haben hier so ein paar überhängende Bäume. Von hier aus werden wir jetzt in die Richtung dieser Buddelbläschen werfen. Und kleines Festblei, leichte Montage, kleines Maiskorn. Kleiner pinker Eyecatcher dazu, ein Fake Maiskorn. Und ja, müsste eigentlich funktionieren. Also ich habe jetzt hier auch, ne? Wir machen jetzt auch hier kleine Plumps. Ich habe so einen grünen, so einen, wie hat man, so einen, wie heißt das genannt? Auffällig grün. In der Farbe auffällig grün. Einen kleinen Pop-up genommen. Ist das noch ein Popi? Nein, ist kein Sinker. Ist ein Sinker. So ein Mantel drum. Genau. Und das schmeißen wir jetzt da vorne hin. Direkt vor das Seerosenfeld. Das sind auch schon Skills gefragt, hier mit den ganzen Bäumen und so. Was? Nee. Nee. Das ging schnell. Hast du den gerade erst ausgeschmissen? Ja, hab ich den mal auf den Kopf geschmissen. Das ist halt der Wahnsinn. Ich will den ja aufessen, aber der hat wahrscheinlich gar kein Mindestmaß. Genau. Der ist zu klein. Na gut, okay. Wir lassen den wieder schon. Ja, aber nicht jetzt so alt. Also einen lassen wir auf jeden Fall aufessen. Genau. Wir kriegen heute noch unseren Essfisch. Wenn das so einfach ist, die Essflüsse zu fangen. Hübschüsser. Das ist ein Fully-Scale. Ich wollte gerade sagen. Also ich denke mal, dass das sogar wirklich so ein Eigenaufkommen ist von Fischen hier in dem See. Weil diese Verwachsung von Schuppen, das ist bestimmt ein Selbsthochgekommener. Ach krass. Und hier unten hat er auch Orange. Da ist ein Dings mit drin. Ein Dings. Ein Koi. Der hat einen Dings, die Mutter war hübsch. Der Vater war, ich sag mal so, eher ein bisschen schlicht in seinem äußeren Erscheinungsbild. Aber sonst, wir nähern uns. Wir nähern uns dem Koi. Warum hat der hat den reingezogen? Hat sich einfach umgeklappt. Ja, natürlich. Also ich habe irgendwie so keine Bisse bekommen, dann bin ich hochgegangen, weil ich gerade eine Stalking-Route vorbereiten wollte. Und in dem Moment pfeift das Ding natürlich ab. Ich stürze runter. Irgendwie klappt sich der Mechanismus um. Zu schnell wahrscheinlich gelaufen, der Karpfen. Na ja, Rute ins Wasser. Gerade so mit einer Hand erwischt. Bis jetzt ist das ziemlich lieb. Kommt mit auf jeden Fall. Eine Karausche? Eine Karausche? Also dann wäre es sozusagen beiseite meine PB-Karausche. Soll eben so rund aus. Kleiner Mini-Schuppi. Das macht ja echt Spaß. Das ist ja wie beim Barschangeln hier. Sagt mal. Ihr habt ihn hier sehen, oder? Viktor wird nur ein richtiger Karpfen an. So, Kines. Jetzt Schluss mit lustig. Sollte ich den Kameramann einmal in Anspruch nehmen, dann hat Viktor einen Fisch. Der will nicht hoch, oder? Ja. Mach schön entspannt. Ja. Kleiner Haken. Deswegen ist auf jeden Fall bis jetzt unser bester Fischhörter. Davon bin ich überzeugt. Und? Hast du gesehen? Ja. Gut, schöne Chance, noch mal anzulassen, oder? Ja. Aber farblich noch nicht das, was wir uns erhoffen, hier zu überlisten. Warte, ich bremse. Wenn die so dicht am Ufer kämpfen, dann können die ja nochmal richtig explodieren. Deswegen bremse ich mit der Hand ein bisschen mit. So. Kommt er da langsam? Also, ich bin jetzt bereit. Ja. Okay, ich versuche. Aber er schalt, er schalt noch nicht. Er zeigt noch keine weiße Seite, ne? Er zeigt noch nicht weiß. Schuppi. Schuppi. Aber? Ach, jetzt reicht es aber langsam. Komm, gib auf, du. So. Ich komme. Oder? Der hat aber auch Kraft. Jawoll. Nein, Hübscher Fisch. Okay. Der hat schon locker seine vier Kilo. Vier Kilo, Leute. Hedri. Danke. Es war eigentlich deiner, aber es war an deiner Wut. Alles gut. Aber du warst nicht da. Ich werde ihm jetzt eine richtig große Murmel reinmachen. Ich muss mal ausmessen. Wie groß ist das quasi? 30. So. So ranmachen. Damit quasi jetzt wirklich die Maschinen käusbeißen. Ich finde ihn schon geil. Ich finde ihn auch geil. Mit, äh, ne? Bisschen Butter. Bisschen Dings und so. Der meins eigentlich gar nicht so. Das hör nicht zu. So, ich habe mir jetzt auch mal eine Route fertig gemacht. Ich habe mich hier auf so einen ganz, äh, verwachsenen Spot vorgekämpft. Ich habe gerade noch mal eine Handvoll Partikel reingehauen. Und habe mir auf den, ähm, aufs Haar, habe ich mir einen kleinen Dumble und einen kleinen Pop-Up aufgezogen. Schön, was knallpink ist. Und wir haben es hier vorhin schon so gründelnd gesehen. Also eigentlich muss es hier im Moment rumsen. Leute, wir haben gerade hier den ersten Biss. Das ist ganz, ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, ob nur kleine Fische am Platz sind. Oder ob da vielleicht ein richtig fetter, großer, gerade ganz geschmähtig rumcruist. Aber die Fische sind am Platz. Jetzt müssen wir genau den richtigen Moment abpassen. So, yes. Scheiße. Scheiße ab. Ah, schade, Leute. So sieht es aus. Hier sieht man noch die Eierschalen drin. Jeder Karpfenangler hasst mich wahrscheinlich gerade für diese Montage. Aber, der fängt hat recht. Ich habe zwar noch nicht gefangen, aber ich habe trotzdem recht. Gibt es zwar nicht. Die haben schon wieder einen. Ich glaube aber einfach mal, deren Futterplatz wird besser angenommen als meiner. Und sie haben natürlich auch doppelt so viele Routen wie ich. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis ich hier auch zum Affair komme. Also ich probiere jetzt hier zwei Maiskörner und einen kleinen Poppy. Ich hoffe, der Poppy schafft es, die hochzuziehen. Und dann mal gucken, ob das funktioniert. Daumen drücken, Leute. Das ist auch gar nicht. Die haben schwerer Fisch. Aber was Kleines, oder? Die richtige Farbe hat sie schon mal. Aber es ist noch nicht unser Ziel, Fisch. Aber trotzdem hübsch. Leute, Yoshi hat einen richtig ordentlichen dran. Alter, der geht ja so ab. Der steht die ganze Zeit und ich habe immer noch nicht gesehen, was das ist. Der steht direkt vor mir. Oh, Victor, ich glaube, ich habe einen orangenen Schatten gesehen. Nee. Victor, der ist riesig, Alter. Wie riesig ist der? Siehst du gleich. Leute, es ist ein Koi. Es ist ein Koi. Wir haben hier mehrere tausend Euro an dieser Route dran. Alter. Alter, der wird auch nicht müde. Oh, komm, holen, geh, holen, geh, holen. Yeah. Yes. Geiles Koi. Haben wir noch Koi? Was für ein Koi, Alter. Oh, Leute. Ist das ein Prachtexemplar, oder? Sieht super geil aus. Mega krass aus. Die Schwanzflosse, wa? Ja. Wahnsinn. Heftiger Fisch. Das ist er. Das ist er, den nehmen wir mit. Der passt genau auf den Grill rauf. Der macht dir genau auf, hier, Männer satt. Ey, guckt euch mal an, wie viel Mais der auskotzt hier. Heftig. Okay, haben wir gleich rausgefunden, was er frisst, wa? Hat auch auf eine Maiskette gebissen. No, guck an. Setz mal den zurück, ja. Machen wir, oder? Ausnahmsweise. Schubs-Rinde-Ding. Nicht mit. Sind ja hier in Frankreich, ist ja erlaubt. Wer ist die Nacken? Keine Aktion. Leute, ihr könnt gerne weiter da drüben auf die Braun-Dinger angeln. Ach, jetzt kommt die große Fresse, das gibt's ja gar nicht. Du fliegst ja gleich direkt ins Wasser, mein Junge. Sag mal, Josi, als er hierher kommt, hier hat er innerhalb von fünf Minuten ein. Ich hab's genau gehört. Kommt Mittagessen. Wir haben heute einen supergeilen Angeltag alle zusammen. Und werden jetzt aber kurz Mittagspause machen, bevor es weitergeht. Und jetzt ein leckeres Stück Fleisch essen. Also das ist ja wirklich ein Service, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wisst ihr, was das ist? Das ist Dammwildrücken in Speckmantel aus Mecklenburg. Das hört sich ja richtig schlecht an. Nicht wahr? Und Kartoffelsalat von meiner lieben Nachbarin. Das ist ja immer schlimmer. Von deiner Nachbarin. Und ein paar leckere Wildschweinbratwurst gibt's auch mal. Nee. Nee. Ich bin leider, ich esse leider kein Schwein. Ich bin Vegetarier. Das ist ethisch-moralisch das einzig wahre Fleisch. Wildfleisch. Wir machen eine kurze Pause, Mittagspause. Und dann geht die Fangaktion weiter. Hat er jetzt wirklich die Rehrücken hier gegrillt im Speckmantel? Aber Unterhand oder was? Nee, musst du so ein bisschen dicht da hinaus? Darf ich mir das letzte Stückchen nehmen? Bitte. Joschi? Ja. Toll. Einfach nur geil. So what? Das ist ein K0er. Ich wurde beim Essen unterbrochen, Leute. Meine Rute ist abgepfiffen. Vollrun. Und jetzt zeigt sich auch, warum wir mit riesengroßen Beulis angeln. Weil wir auf selektive Giebeln und Karauschen angeln. Guckt euch das mal bitte an. Dieser Beulis, selbst wenn ich ihn reinstopfen würde, der muss wirklich so machen, um den reinzubekommen. Guckt's euch mal bitte an. Guckt's euch an. Passt fast gar nicht rein. Das Ding. Also, das ist wirklich ein Wunder. Du bist ein richtiger Gefräßiger. Sind wir jetzt gesättigt? Boah, fair. Machen wir jetzt ein Nickerchen? Ja. Oder gehen wir noch ein Fisch angeln? Erst ein Fisch angeln. Ich glaube, danach machen wir ein Nickerchen. Ein, zwei Stündchen machen wir noch, oder? Ein, zwei Stündchen machen wir noch. Der Koi gerade eben, ich glaube, da ist noch einer. Einer wird da noch sein. Vielleicht auch für Victor noch einer. Easy. Ich habe noch gar nicht angefangen, auf Koi zu angeln. Ah, Giebel. Ach so, da habe ich die Koi-Köder angemacht. Special Giebel-Edition. Jetzt habe ich auch so einen Traumfisch. Also, für jeden Angler, glaube ich mal, was Besonderes, so einen Fisch zu fangen. Und wir haben sogar noch eine andere Farbe. Washi hat ja so einen tollen roten Fisch. Und für mich gibt es jetzt hier was ganz Besonderes. Ein Ghost-Geisterkoi. Ich glaube, so heißen die. Nennen wir ihn Milky-Wolf. Genau. Schöner Fisch, Leute. So einen weißen hätte ich auch gerne nochmal. Der sieht mega aus. Der hat so, wie so eine leichte Marmorierung drauf. Mal hoffen, dass du nicht ausschlitzt. Aber ich glaube, der sitzt ganz gut. Nein, das kann ich nicht. Der kann ich nicht. Hammer, das war. Ja, Mann, geil. Hammer, oder? Geil. Mega. Was für ein Fisch. Was für ein schöner Fisch. Hammer. Die Poppy, das Fake-Mais-Korn, passt so ein bisschen zum farblichen Kontrast. Geiler Fisch. Hammer. Guck mal, hier fast, wenn man von oben so auf den Kopf schaut, das ist fast durchsichtig. Krass. Krasser Fisch. Wie, aber wie Schnee weiß der ist, ne? Ja, ja. Wahnsinn. Hammer. Ja, wirklich ein kleiner, besonderer Angeltag hier heute, oder? Das machen auch nicht alle Tage sowas. Hammer. Stark. Starker Fisch. Leute, wir haben gerade was geschafft, was wir noch nie geschafft haben. Wir haben einen braunen Koi-Karpfen gefangen. Der ist kaum zu unterscheiden von einem normalen Karpfen. Also, Joshi sieht nicht nur wie ein Bauer aus, der benutzt sich auch wie einer. Spaß. Ich glaube, die sind ganz gut da. Was ist das denn hinterm Rücken? Ecke? Mhm. Ich halte das Bier für ihn. Ich wollte es aber verstecken, dass es nicht so aussieht, als ob er die ganze Zeit nur säuft. Und klassisch im Barschgriff präsentiert. Machen wir, lieben wir, können wir. Schön, oder? Der als Barsch? Ja. Würde ich nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Pullis-Geld. Guck mal, der hat eine Riesenschuppe hier. Eine Riesenschuppen-Lücke meinst du? Naja, oder so. Also, quasi doch ein Spiegler. Geiler. Leute, wie hat es euch gefallen? Super. Haben wir mega gefunden. War geil. Das war wirklich schön. Ich meine, wir haben einen Karpfen ohne Ende gefangen. Und dann noch sozusagen zwei wunderbar, wunderhübsche Kois, die man, also ich meine, für einen Karpfenangler ist das schon was krasses, oder? So ein Koi-Karpfen. Ist doch wie für einen Pfannenangler ein Barsch. Der vergleicht vielleicht etwas. Aber für einen Karpfenangler ist ein Koi natürlich wirklich was Besonderes. So hat man die ja im Alltag auch sehr selten. Ja, genau. Das beweist eins, Leute, dass wir richtig gute Angler sind. Und an einem guten Gewässer waren. Ja, so ein Gewässer wie jedes Gewässer hier, ne? Ja, klar. Das hätte auch Spree sein können. Gut, in dem Sinne, schaut bei Jan Boric vorbei. Und zwar auf Instagram. Er macht jetzt so ganz geile, wisst ihr ja? Jogbaits. Jogbaits. Deswegen heißt er in der Instagram-Seite jetzt auch so. Top Köder heute auch gewesen. Hafteljogs. Sehr effektiv. Was für ein geiles Product Places, ne? Ja. Beim Koi-Karfenangeln nochmal Leute, kauft ein Jogbaits. Passt. Für dich. Für dich. Für dich. Für Denni. Tschüss. Tschüss. Tschüss.